Moin, was geht? Exo hier. Heute machen wir mal ein Video zu dem visuellen Rückstoß in Call of Duty Modern Warfare 2 sowie für Warzone 2. Ich sehe immer noch, es haben sehr, sehr viele Leute Probleme mit dem visuellen Rückstoß. Das hier ist jetzt ein Leitfaden, wie du den maximal vermindern kannst, dass du wirklich kaum noch jemanden hast. Mehr kannst du ihn von den Einstellungen her, von den Aufsätzen nicht verringern. Wenn ihr ein guter Spieler seid, der absolut kein Problem damit hat und schon einige Skills auf Lage habt, dann teilt gerne eure Meinungen, eure Tipps gerne in die Kommentare. Damit könnt ihr wirklich vielen Spielern helfen, die nicht so viel Plan von dem Game haben. Das wäre auf jeden Fall eine super Sache, wenn ihr euch da anschließen würdet. Wir schauen uns das Ganze erstmal an. Die Einstellungen, die ich euch zeige, könnt ihr bei jeder Plattform anwenden. Dafür gehen wir jetzt einmal in die Grafikeinstellungen und das hier alles, was wir hier haben, könnt ihr einstellen, wie ihr wollt. Das Wichtige ist das Sichtfeld. Bei dem Sichtfeld ist es nun mal so, ihr seht es ja in der Vorschau, wenn man 60 spielt, dann ist das Ganze visuell. Wenn ich visuell sage, dann sage ich, dass es nur visuell ist und nichts mit dem Gameplay zu tun hat. Das heißt, wenn ich das Ganze auf 120 drehe, so wie ich das jetzt habe, dann sieht es visuell vom Auge her so aus, als wäre die Figur weiter weg, obwohl sie rein Gameplay-technisch genauso weit weg ist, als würde ich 60 einstellen. Viele Konsolenspieler spielen immer noch die Standardeinstellungen, das müsste so 80 sein. Und das sollte man nicht spielen. Man sollte sich einen Wert suchen, mit dem man klarkommt, zwischen 100 und 120. Man kann auf Konsolen das Ganze jetzt umstellen, egal ob in MV2 oder Warzone 2. Wenn man das Ganze nicht gewöhnt ist, dann tut mir einen Gefallen und stellt das langsam hoch. Nicht komplett direkt auf 120, weil da kriegt man ganz, ganz schnell Kopfschmerzen, wie beim Motion Bluer. Also ich hatte das erste Mal, wo ich mit FOV gespielt habe, wirklich arge Kopfschmerzen. Deswegen immer ein bisschen mehr, damit das Auge sich daran gewöhnt, weil das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, vertraut mir da einfach mal. Die zweite Einstellung, ganz, ganz wichtig, nicht unabhängig spielen. Ihr müsst beeinflusst spielen. Ihr seht es jetzt hier auch im Beispiel. Wenn man unabhängig spielt, dann sieht es so aus wie links. Und wenn man beeinflusst spielt, dann sieht es so aus wie rechts. Also so, wie man es haben möchte. Und jetzt ist das Ganze schon mal weggesumt. Dazu haben wir noch die Einstellung, das Waffensichtfeld. Da steht es auch unten schmal. Die Waffe sieht größer aus. Standard, die Waffe sieht aus wie vorgesehen. Standard hatten wir in Warzone 1 und in anderen Call of Duties. Wir haben aber auch die Möglichkeit breit zu spielen. Die Waffe sieht kleiner aus. Würde ich vielen Spielern empfehlen. Tastet euch daran. Das hier, diese drei Einstellungen, ist das Beste, was man einstellen kann, wenn man visuellen Rückstoß so weit wie möglich verringern möchte. Dazu haben wir noch hier eine Einstellung. Kamerabewegung vergessen sehr, sehr viele Leute. Steht normalerweise auf Standard. Ihr macht das auf minimal. 50% ist die Hälfte. Könnt ihr gerne bei der externen Ansicht auch einstellen. Ein weiterer Punkt, wo man verschiedene Einstellungen tätigen kann, um weniger visuellen Rückstoß zu haben, sind die Waffen. Ich möchte mich jetzt nicht auf die Unterläufe, Griffe oder sonstiges beziehen. Das ist nämlich bei jeder Waffe unterschiedlich. Wir reden allerdings über die Visiere. Wir haben in Modern Warfare 2 sowie in Warzone 2 eine wirklich beachtliche Auswahl an Visieren. Das muss man wirklich mal sagen. Auch wenn 95% davon Schrott sind, haben wir eine gute Auswahl. Natürlich ist nicht jedes das Beste oder jedes gut oder jedes zu gebrauchen. Man sieht es hier. Das ist irgendwie so ein komisches Holovisier. Dann haben wir hier so ein Holovisier. Dann haben wir hier ein VLK. Was sollte man davon jetzt spielen? Ist eigentlich ziemlich simpel. Sniper-Visiere sollte man so weit wie möglich meiden. Das macht einfach keinen Sinn. Das macht Sinn bei einer DMR oder bei einer Sniper. Aber nicht bei einer vollautomatischen RPK oder bei einer vollautomatischen SCAR. Das ist einfach nur Unfug. Man sollte maximal ein VLK mit einem Vierer Zoom spielen. Viele Leute spielen momentan das VLK. Das hat einen Vierer Zoom. Das ist für Leute gedacht, die Probleme haben mit Ironside zu schießen oder mit Red Dots. Das heißt mit kleinen Rotpunktvisieren. Das Schlagervisier kann man auch spielen. Ich würde euch raten, probiert es aus. Das ist alles nur eine Sache davon, wie man das persönlich am liebsten handhabt. Welches Visier man am meisten mag. Visiere haben keinen Einfluss auf den Rückstoß, so wie es bei Warzone 1 war. Dass das VLK-Visier in Warzone 1 30% weniger Rückstoß macht oder sonstiges. Das ist hier nicht der Fall. Das ist wirklich ganz egal. Ich spiele momentan beispielsweise das Zielhilfen V4-Visier. Das zeige ich euch gleich mal beim Schießstand. Und dann haben wir hier noch eine Klasse, habe ich mir erstellt mit der SCAR. Da packen wir jetzt ein anderes Visier drauf. Da nehmen wir einfach mal ein Sniper-Visier. Nehmen wir einfach mal das hier. Und dann haben wir jetzt die Möglichkeit, wenn wir auf Tunen gehen. Das ist ganz ganz wichtig. Das sollte man nicht vergessen, das Visier zu tunen. Beim linken Reiter hat man immer ZV-Geschwindigkeit und Zuckungsresistent. Ich persönlich kann euch nur empfehlen, meine Meinung, ZV-Geschwindigkeit sollte man bei MP spielen. Bei Waffen, die man im Nahkampf verwendet. Und wenn man jetzt ein LMG spielt, ein Sturmgewehr, eine DMR, dann nimmt der Zuckungsresistenz. Das ist ganz ganz wichtig, weil ZV-Geschwindigkeit bei einem LMG, beim Sturmgewehr, ist persönlich nicht so wichtig für mich. Außer ich habe eine Waffe, die wirklich unfassbar langsam ist. Das solltet ihr euch merken. Und unten hier bei dem Reiter können wir uns einstellen, wie weit die Augenposition ist. Das heißt, wenn ich auf Nah drehe, dann bin ich näher dran wie zu vergleichen mit dem FOV. Dann bin ich näher dran. Wenn ich das Ganze jetzt auf Fern spiele, dann bin ich immer weiter weg von dem. Und das ist auch sozusagen ein FOV für das Visier. So kann man das am besten beschreiben. Das heißt, wenn ich Fern weg bin, habe ich den Vorteil, dass die Waffe weniger visuellen Rückstoß hat. Hat aber auch den Nachteil, dass ich die Gegner kleiner sehe. Das sollte man definitiv beachten. Es gibt viele Leute, die spielen das Ganze auf Standard. Das ist eine persönliche Vorliebe. Wenn man weniger visuellen Rückstoß haben möchte, spielt man das Ganze auf Fern. Ich stelle jetzt hier mal Fern ein. Und hier, wo haben wir es jetzt? Da haben wir Fern eingestellt. Und hier bei dem Sniper-Visier stellen wir auch Fern ein, dass wir das beide schön gleich haben. Und jetzt gehen wir mit der Klasse einfach mal in den Schießstand rein. Und dann könnt ihr euch mal den Unterschied anschauen. Hier. Wenn ich jetzt hiermit schieße, ich versuche jetzt auch die Waffe zu kontrollieren. Ist das Ganze schon ziemlich schwierig zu kontrollieren, weil dieses Visier unfassbar ein Wackeln ist. Das hat jetzt nichts mit einem Rückstoß zu tun. In Warzone 1 hatten wir auch bei manchen Waffen einen großen Rückstoß. Das ist einfach nur dieses visuelle Gewackel. Das war bei Vanguard auch sehr, sehr schlimm, muss man sagen. Und wenn ich jetzt hiermit schieße, dann kann ich den Gegner wirklich sehr, sehr gut erfassen, weil ich wirklich kaum visuellen Rückstoß habe. Das ist schon ein Vorteil wie Tag und Nacht, muss man sagen. Jetzt können wir das Ganze nochmal so machen, dass wir uns hier die RPK nehmen. Da haben wir ja das Ganze auf, ähm, was zeige ich euch nochmal. Hier haben wir das Ganze auf Fern eingestellt. Das heißt, unser Auge ist weiter weg. Wir sind weiter weg von der Wache. Und wir nehmen das Ganze jetzt auch nochmal bei der Tag. Da nehmen wir auch das Zielhilfen V4 Visier. Wenn ich es finde, wo ist es? Das ist wirklich ein richtig gutes Visier. Das ist momentan mein absoluter Favorite. Das macht richtig Spaß. Das stellen wir jetzt mal auf Nah ein. So, dann gehen wir nochmal in den Schießstand rein. Und dann schaut euch mal den Unterschied an. Seht ihr das? Das Visier ist weiter weg und dadurch wirkt es kleiner. Das heißt, wenn ihr weniger visuellen Rückstoß haben wollt, stellt ihr das Ganze auf Fern beim Tuning weiter. Und dann muss man natürlich nur lernen, mit so einer Waffe zu spielen. Es gibt auch viele Leute, die spielen hier die Scar bzw. die Tag, spielen sie komplett ohne Visier. Und das ist ziemlich schwierig für Leute, die sehr, sehr wenig spielen in der Woche. Da würde ich immer ein Visier empfehlen. Leute, die nur mit Ironside spielen, die haben einen gewissen Skill oder sind schon lange in Call of Duty vertreten. Einen Wochenendspieler würde ich einen Wochenendspieler würde ich einen Ironside niemals empfehlen, wenn man damit auf Long Distance ballern möchte. Das geht meistens in die Hose. Da ist ein Visier schon präziser. Und im Endeffekt ist das alles so, wie man es am besten mag. Wie gesagt, Visiere haben keinen Einfluss auf die Waffe an sich. Das ist auch gut so, finde ich. Dass ein Visier weniger Rückstoß macht, das ist eigentlich Schwachsinn. Es geht jetzt nur um den visuellen Rückstoß. Dann würde ich sagen, probiert es aus. Wir haben die Möglichkeit, einen Schießstand innerhalb von Sekunden zu betreten. Also nutzt es gerne aus. Schießt euch da ein bisschen warm. Trainiert hier ein bisschen, was euch am besten passt. Dann würde ich sagen, viel Spaß, viel Glück beim Suchen. Wenn ihr Tipps habt, welche Visiere ihr am liebsten spielt, schreibt es gerne in die Kommentare. Jeder kann die Waffen so tun, wie er will. Das ist jetzt keine Pflicht. Das ist nur ein Leitfaden. Damit ihr Bescheid wisst, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.